Musik Übrigens, wenn ihr bereits schon einen Parkettboden besitzt und der sollte nicht mehr so schön sein, wir bringen ihn gerne wieder auf Vordermann, wir schleifen ihn, wir ölen ihn, wir lackieren ihn. Auch das ist eine tolle Serviceleistung, die ihr bei uns kriegt. Ihr möchtet mehr erfahren? Geht einfach auf den Link, klickt drauf, macht einen Termin mit uns aus, wir kommen zu euch nach Hause, sagt uns zu welchem Thema, sagt uns wo, sagt uns wann, wir melden uns bei euch. Ciao! Untertitelung des ZDF für funk, 2017